Moin Moin, was geht? Willkommen zu einer neuen EP-Mail bei Fortnite. Wir starten wie üblich hier um auf der Lupe, geben den Inselcode ein, der lautet 760033762859. Das ganze wieder als privates Match starten. Mal gucken mal kurz in den Shop. So, wenn wir hier sind, nochmal Start drücken. So, und dann einmal hier nach oben, dann nach links. Dann von der Grenze von blau zu rot. Einmal hier in die rechte Ecke. Da hat er ein Emote ausführen. Und dann habt ihr den Button. Hier überspringen wir wieder die Wartezeit. Ihr könnt das spielen. Ich sag mal bis gleich. So, wenn die Wartezeit abgelaufen ist, scannen wir hier den Code ein. Der lautet 774. Ja, 7742. Habe ich 2 gesagt? 7742. Dann einmal bestätigen. Wenn wir hier sind, schnappen wir uns unser Jetpack. Und dann geht es auch schon zum ersten Punkt. Der ist direkt hier vorne vor uns am Fenster. Dann geht es auch zum zweiten Punkt. Der befindet sich hier beim linken Haus oben auf dem Dach. Okay, perfekt. So, jetzt auch. Und einmal hier ganz ans Ende. Da ist der Punkt. Dann geht es auch zum nächsten. Der ist da hinten rechts hinter der großen Leinwand oder was das ist. Dann mal hier unten. Direkt in der Ecke. So, wenn wir den haben. Ihr könnt euch ab und zu mal ein neues Jetpack mitnehmen. Da könnt ihr unendlich viele abholen. So, und ansonsten vorne hier hinter der Laterne befindet sich so ein blaues Auto. So, und da am Kofferraum ist der nächste Punkt. So, wir müssen ein bisschen hoch gucken. So, dann einmal nach, ja doch, hinten rechts zum Holzzaun. Da wo der Baum ist. Ungefähr auf der Ecke sollte der nächste Punkt sein. Und ja, die Map wirft nicht so viel ab, liegt aber auch wahrscheinlich ein bisschen an meinem Account. Ich habe halt schon eine andere Map gemacht. Ja, je nachdem, wie euer Account unterwegs ist, könnt ihr da mehr oder weniger machen. Müsst ihr mal schauen. So, dann, ab zum nächsten Punkt. Wo waren wir? Der sollte da hinten am Spielplatz sein. Genau, hier an diesem, ja, gelben Küken. Naja, so, aber wenn wir den Punkt haben, dann jetzt einmal oben auf die Leinwand. Denn da befindet sich der nächste und auch letzte Punkt auf dieser Map. Wenn ich so ein paar Maler Los geht's an dieser Hand für assembly, jetzt in der meisten Ecke, dann sind jetzt gleich ein paarerson. Also, ein Schuss 1. Und jetzt noch einen Kofferraum, ein Kofferraum. Ich habe aus dem Kläuten, ein Kofferraum, nichts zu sein. Also, wenn ich hier nicht, was ich ein Kofferraum ist. Das ist unsere Kofferraumujer, ist mir nicht ein dunkler. Das ist ein Kofferraum. Ich habe schon jetzt eine Kofferraum. Und dann, dann, das sind wir die Kofferraum. Dann einmal hier rüber und dann der letzte Stahlträger, der hier, genau, hat den Punkt. Da gehen wir einmal auf die Farm und dann können wir jetzt, wenn wir Bock haben, noch weitere EP sammeln, indem wir hier die Dinger killen. Könnt ihr aber auch auf die nächste Map gehen, je nachdem wie ihr Bock habt. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Level wieder machen und wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video, haut rein, tschau tschau.